Wächter über das Reich der Schatten Die Menschheit hat uralte Feinde Kabal ist ein Dämon. Er benutzt Sterbliche für sein Werk. Warum ist es dein Problem, wenn ich diese sterbende Erde besitze? Ein Hexenmeister ist noch lange kein Gott. Schlüssel zur Finsternis. Dann kommt die Apokalypse. Unsere Macht kann doch sehr amüsant sein. Dieser Mann wird getötet. Exusauros Exusauros Absatz Absatz